Hat jemand Fahrberatung gemacht? Darf jemand nicht auf einem gelben Fahrrad gesehen werden? Hat einer Angst, dass er für einen Postbeamten gehauen wird? Hier ist ein gelbes Fahrrad, Mountainbike, ein schönes Mountainbike. Nicht viel dran, noch nicht mal Schutzblech dran, aber man kann trotzdem noch mitfahren. Ich würde sagen, Mountainbike, Herr Schadetsky, welche Reifengröße ist das? 26 hat Teleskopgabel vorne, Bremse funktioniert vorne und hinten. Mit den Schwierigkeiten haben wir ein großes Paket mit zu transportieren. So ist es in Ordnung. Ich würde sagen, wenn wir schon gerade bei dem roten Rad bei 35 Euro gelandet sind, starten wir jetzt mit 20 Euro. Also mir wäre das 20 Euro wert. Wer gibt 20 Euro für dieses Fahrrad? Doch, ich. Wenn ihr nicht steigert, dann gehörtet mir für 20 Euro. Ich muss nur noch lernen, hier auf der Mountainbike zu fahren. Also, gibt jemand mehr als 20 Euro. Keiner, bitte, bitte. Bitte. 20 Euro, ich höre. Okay, letzter Versuch. Wir steigen einen mit 10 Euro. Ist das ein Angebot? Ja. Nein. Hast du das schon geboten? Ich habe schon geboten. Du hast auch wieder recht, da musst du uns ja nicht schwierig halten. 20 Euro zum Ersten. 20 Euro zum Zweiten. Wie viel? Oh Mann, ich bin mir ewig dankbar. 21 Euro zum Ersten. 21 Euro zum Zweiten. Und 21 Euro. Hör mal, muss einfach... Warte, ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr bieten wollt, ruft da einfach hier oder so. Einfach, das ist total nett, dass du dich nicht in den Vordergrund spielst. Ganz höflich aufzeigst. Und ansonsten nichts sagst. Nur, ein Fahrrad kriegst du so nicht, da muss dir klar sein. Also, ich höre, 25 Euro sind geboten. 25 Euro zum Ersten. 25 Euro zum Zweiten. Und, wer hat 30 gesagt? Du? 30 Euro zum Ersten. Hast du 30 Euro dabei? Hast du nachgeguckt? Muss sofort Cash bezahlt werden. 30 Euro zum Ersten. 30 Euro zum Zweiten. Und 30 Euro zum Dritten. Sofort an die Kasse. Wunderbar. Hier gibt es das nächste Fahrrad.